Hallo Freunde, wir haben uns alle wieder beruhigt und gehen heute endlich mal zum nächsten Dungeon und und zwar in die wir sofort wieder in die Eisenbahn steigen und nochmal dieses allokomische Feeder bashen. So, was sind das für drei Prüfungen? Ja, die erste haben wir schon mal verkeckt, weil ich glaube, ich habe für den Zeitpunkt des Spiels immer noch einen recht schwachen Zug dabei, aber naja. Drei, vier Treffer und ich bin tot, also eigentlich habe ich mich da nicht nur dreimal treffen lassen. Aber das schaffen wir jetzt. Ich bin schon bei der ersten Prüfung hier verhauen. So, wir fahren da ganz schön hin. Müsste so gehen ohne schneiden. Ihr habt mir erzählt, durchs Hupen kann ich die Haie schon früher rauslocken. Das ist ja geil. Danke dafür. Und da sind sie abgehauen. Alter, ist ja cool. So, ich muss jetzt genau gucken, wann nicht viel zu sehen ist, damit ich auch rechtzeitig auf den richtigen, auf das richtige Fass schieße, damit das explodiert. Boom, und das fiel dadurch ja auch. Obwohl ihr dadurch öffnet, ist ja bloß sein Äuglein. Wir sind ja trotzdem voll am Arsch. Was willst du, oder? Was willst du? Ja, hau bloß ab, da oben. Was? Sandhaie, ey. Ob da wohl her, ob durch dieses Spiel die Ideen zu den ganzen Trash-Filmen entstanden sind? Ihr wisst schon, Sharknado und Sandsharks und alles im Schrott. Oh, Mann, ey. So, okay. Wir sind wieder vor Ort. Pass mal auf, Konzentration. Danach holst du es erstmal wieder ein bisschen kryptisch, weil ich weiß noch, was man machen musste bei Prüfung Nummer zwei. Aber ich will erstmal übersehen, ich will erstmal sehen, was die einen für Tipps geben. Oh, die sind viel, ey. Wie das aussieht, Mann. So, okay. Ja, ja, komm, runtergekletscht. Oh, oh. Dumm, dumm. Eklig, Mann. Schaff, gut, gut, gut. Okay, los, komm, was? Was? So. Ähm. Ich muss gucken, wo kommt es? Los, viel schnell. Ja, viel schnell, bin doch schon dabei. Was? Alter, voll ins Auge rein. Welches Auge hält so viele Bomben-Exklusion aus? Oh, Alter, das war knapp. So, jetzt sieht es schon los mit den Scheißdingern, okay. Ich muss genau gucken, von wo es kommt. Auge ist zu. Okay, da. Verdammt. Verdammt. Nein. Ach, Mann, das kommt immer viel zu spät. Ich sehe das alles so schlecht. Ach. Warte mal, ich muss genau gucken. Ich sehe das alles sehr schlecht hier gerade. Voller einfach mal immer auf alle Dinger. Ja, vielleicht einfach vorab auf alle Dinger hochvollern. Oh Gott. Na klar, der kann doch immer so schnell laufen. Wenn es von vorn so schnell läuft, warum? Du. Was ist denn manchmal langsamer? Ach, diese dummen Viecher werden es nie lernen. So. Okay, ich will hier raus. So, geil. So, okay. Ich glaube, wir sind schon weiter als vorher. So. Da war echt gerade richtig schlecht, ey. So. Ha, okay. Einfach auf alle Druckballer, was man so sieht. Yeah. Und tschüss. So, ernst kommt, steht ihr ruhig. Gut. Leute, damit haben wir die erste Prüfung. Die Augen der Finsternis geschafft. Das Auge der Finsternis, keine Ahnung. So. Wir sind durch. Toll. Jetzt schnell zur zweiten Prüfung. Guck mal, wo wir jetzt sind, ey. Ach du meine Güter. Hier waren vorher noch keine Schienen. Jetzt sind sie aber hier. Das muss der wandernde Tunnel sein, von dem Tender sprach. Marcel, da müssen wir jetzt durch. Na, warte mal kurz. Stopp. Gibt es hier einen... Na klar. Gibt es hier einen Hasen, wollte ich sehen. Wollte ich wissen. So, da ist ein Hase, tatsächlich. Oh. Ein Sandhase, der erste. Oh Gott. Hops. Verdammt. Dumm, 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 dumm. Man, was dumm, dumm, dumm. Verdammt. Yes. Ganz knapp gefangen. Und ein Sandhasen. Cool. Markieren. Mit einem Häkchen. Ist das schön. So, genau Leute. Hier haben wir jetzt nämlich... Oh, da ist noch einer. Alter, ist ja cool, Mann. So, kriege jetzt alle Bede gleich. Das wäre natürlich nice. Oh, der war knapp. Hops. Komm, lauf rein. Yes. So, und den zweiten Sandhasen. Der war da. Laut Schömmertieren. Dumm, 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 dumm. So, und hier haben wir jetzt nämlich eine Misere. Weil, achtet mal, ich tue einfach mal wieder so als ob. Wenn ich jetzt hier reinfahre, bin ich wieder am Anfang. Na toll. Dumm, 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 dumm. Wie, wir sind wieder am Ausgangspunkt? Das scheint wirklich etwas verworren hier zu sein, oder? Wie soll es die besseren Notizen machen? Genau, warte, ich wollte hier erstmal gucken, ob hier irgendwo ein Hase ist, aber anscheinend nicht. Gut. Ne, und der Trick ist, ähm, kriegt man aber eigentlich ganz leicht mit, gerade eben. Ähm, wenn es uns nichts bringt, wenn ich jetzt hier durch bin, wenn es uns nichts bringt, nach rechts zu fahren. Ja, haben wir gerade gemacht. Und nach links können wir nicht fahren. Also, ja, man muss wieder zurückfahren. Den Rückwärtsgang, der wird uns zu einem anderen Ort bringen. Dumm, 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 zack. Geil. So, hier muss ich jetzt auch mal kurz nach Hasenausschau halten, nur kurz. Nix, und ich glaube, ich muss hier auch tatsächlich wieder zurückfahren. Hm, da, 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 um. Um wieder bei einem neuen Punkt rauszukommen. Oh, ja. So. Alles klar, wieder kurz nach Häschen. Schauen. Okay. Und jetzt, ähm, warte mal, ich glaube, ich muss sogar nach rechts fahren. Ich fahre einfach erstmal da lang, wo das Spiel mich eigentlich, ich fahre genau entgegengesetzt, wo das Spiel mich eigentlich hinführen will. Oh, ein Hase, ja, was? Drei Häschen schon. Oh mein Gott. Yes. Das war cool. Ein Wurf getroffen. So, markieren. Gut. Ein Häkchen für abgeschlossenes. So, haben wir es geschafft, oder war das jetzt auch wieder falsch? Nein, wir haben es geschafft. Gut. Sieh mal, Marcel, der Tunnel ist verschwunden. Wir haben es geschafft. Auf zur letzten Prüfung. So, halt, doch, kurz gucken nach Häschen. Das sieht mir alles immer ein bisschen zu schnell. Äh, nope. Äh, nope. Ein paar Herzen wäre doch cool. Weiter geht wieder die Fahrt. Zurück ins Sandgebiet. Wir sind ja zwar jetzt gerade auf der Feuerhöhe, aber irgendwie ist ja trotzdem alles sehr sandig hier, ne? Ist also ein bisschen verworren. So, die dritte Prüfung. Und ich stoppe für Hasen. Ja, ich bremse auch für Hasen. Ähm... Oh, da, sehr wichtig. Nein, nein, nein. Nicht zurückfahren. Den Powder, den müssen wir aktivieren. Weil der führt uns. Dann können wir uns nämlich den ganzen komischen Weg da sparen. Weil der... Porter aktiviert sich nämlich. Zack. Genau auf der anderen Seite. Auch im Sandgebiet, aber genau auf der anderen Seite. So, schnell mal durchfahren. So, markieren. Hier haben wir, sagen wir mal, jetzt mal unser zweiter. Also der ist jetzt einfach mal B. Ach du Scheiße, was ist das denn? Moment. Das muss hübsch sein. Ich will's hübsch. Was zur Hölle? Ich mach das nur zu weit am Rand. Mann, 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 Mann. Warte mal, ich hab einfach gewissen, ja, wo es so... B. Da fahre ich gar nicht mehr durch. Wow, süß. Geil. So, wo kommen wir wieder raus? Genau auf derselben Karte. Swing. Genau, die haben wir ja schon gesehen, ne? Ich will... Ich will... Ach so, er fährt da halt lang. So, go to Satan. Äh, hier haben wir auch ein B. So, müsste richtig sein, muss die Gegner verdecken, das ist jetzt grad. So, ähm... Ja, okay, Rückwärtsgang. Und wieder zurück. Oh, der Hai. Zurück zur Pyramide. Uiuiu. Sehr schön. Alter, wie ist Terry so schnell geswitcht? Habt ihr gesehen, Terry war doch grad nur eins woanders? Egal. Der kann fliegen. Hinterfragen wir jetzt nicht. Da-da-dam. Da-da-dam. So, jetzt die dritte Prüfung muss hier irgendwie... Irgendwie hier muss die sein. Ich glaub, der kommt da nämlich so einfach noch gar nicht rein. Wär ja auch zu schön gewesen. Da-da-dam-dam-dam. Okay, okay. Ich gucke wieder nach eventuellen Hasen. Boom. Da-da-da-da-dam. Da ist noch einer. Na, klopp. Da ist er. Zack. Ey, yeah. So, komm her. Hopps. Geil. Ein Häschen gefangen. So, markieren die Blickrichtung. Okay, das ist doch super. Es ist schön. So freu ich mich. Hm. Da-da-da-dam. Sieh mal, der Tempel sieht alt aus. Ach du Scheiße. Sind da Waffen drauf? Da sind Waffen drauf. Ich glaub, ich muss so alle zerstören. Also fahren wir einfach mal im Vollgas hier rum. Ach du meine Güte. Na toll. Äh. Sind kaputt? Kaputt. So, und. Wie hieß nochmal die dritte Prüfung? Bist das noch einer von euch? Hasen übersehen. So, stopp mal. So, so, so. Genau wieder kurz die Dinger hier verarschen so ein bisschen. Nur ein bisschen. Wow. Okay, ganz knapp KT-Kanonkuh. Also doch zerstören. So. Hase. Da ist ein Hase. Ja. Ich glaube, das wäre schon der fünfte. Ich glaube, so viel gibt es im Wüstengebiet gar nicht. Zehn oder so. Im anderen gibt es natürlich mehr. Wisst. Yes. Voll reingelaufen. Hörden. So, Sandhieschen wieder eingefangen. So, okay, halt, 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 stopp, 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 stopp. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Warte, warte mal, das ist die Seite mit dem Eingang, ne? Da sind vielleicht gar keiner kann. Und doch, oh mein Gott. So, weiche Stellen. Wow. Der Tempel ist dicht. Hase. Hase. Nö. So, wieder ein bisschen langsamer fahren. So, geil. Dünn, 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 dünn. Schleiner fahren. Und das muss die letzte sein. Die letzte. Boom. Ja. Freunde, da wird es auch die dritte Prüfung zu Ende. So, ich fahre schnell rückwärtsgang zum Tempel. Das dürfte, naja, nicht so schnell gehen, aber trotzdem relativ zeitnah sind wir dann da. So, okay, das war eine noch relativ einfache Prüfung. Ich wünsche mir die Schule wäre damals so einfach gewesen oder die Uni, aber naja. In den damaligen mittelalterlichen Zeiten waren die Prüfungen halt alle so ein bisschen anders. Was mache ich denn da? Ihr seid die Weiche verpasst. So, stopp. Wir wollen da rein. Leute, der letzte Tempel. Okay. Mit den letzten Gegenständen, die wir bekommen, das wird alles hier. Der Tempel, ich weiß echt nicht mehr, ich weiß nur noch, wie der Boss war. Und der war ziemlich geil. Aber wie der Tempel an sich hier aufgebaut war. Das dürfte irgendwas mit Sandrätseln sein. Puh, endlich sind wir da. Los geht's. Bist du bereit? Na klar. Dann nichts wie rein. Holen wir uns den Lichtbogen. Ja, du bleibst wieder hier und wartest, wa? Schön hast du dir das ausgedacht, Zelda. Ganz schön. Ein paar Herzen hier vielleicht. Könnte man wieder ein bisschen was brauchen. So, eins. Toll. So, vielleicht schaffe ich ja, weil ich habe ja noch so gesehen die Hälfte, naja, ein bisschen noch als die Hälfte des Parts Zeit. Ein bisschen weniger als die Hälfte. Vielleicht schaffe ich ja beim nächsten Part den Tempel schon wieder. Wow, Erdgeschoss. Die Luft hier drin ist saustaubig und trocken. Aber man gewöhnt sich dran. Lass uns den Lichtbogen suchen. Hier kommst du doch mit. Cool. So. Ach ja. Was ist das denn? Hammertime oder was? Ah ja, ich erinnere mich. So. Ich kann ja in den Sand. Was ist das denn hier? Oh Leute, alles hier doch ganz merkwürdig. Gucken wir uns hier oben. Überall ist Sand. Überall kommen wir nicht weiter. Mit dem Ding kann ich glaube ich auch nichts machen. Nein. Kann ich nicht. Aber ich kann hier eine Bombe legen. Und da schon mal weiter gucken. Nee, doch nicht. Ach stimmt. Nee, das geht noch nicht. Das sah aber so aus. Eine Truhe. Eine Truhe. Na, die sehe ich ja. Die werde ich schon nicht verpassen. Markiere ich mir jetzt nicht. So. Was tut ihr jetzt hier für Quatsch? So, ich versche durch. Okay. Da muss ich jetzt so durch. Wow. Mit dem Zickzack. Wow. So. Ich wollte gerade eine kurze Pause machen. So, wir müssen in so einer Nische mich kurz verstecken. Und dann voll. Boom. Autsch. So, okay. Hm? Oh. Okay. Augenschalter. Krieg da hin, Mann. So. Achtung. Feier. Das war leicht. Aber ich will noch zur anderen Seite rübergucken. Da ist noch. Da war noch so ein Ding hier. Oh. Na kurz mit dem Bumerang. Kurz rübersmashen. Äh. Hupsala. Äh. Sorry. Wow. Achso. Nur Pfeile. Hups. Cool. So. Okay. Oh. Gleichen Boss. Hey. Gibt es nicht den Gegenstand? Das wäre ja geil. So. Wer will hier aus dem Maul? Oh. Erstmal ein. 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 Ein Rubin. Leute. Das war eine Falle. Oh. Äh. Zack. 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 Watz. 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 Schön bisschen Pfeile verschwinden. Warum denn nicht, war? So. Und tschüss. Die Untoten, ey. Wollten wir wieder. Die werden so nie lernen. Okay. Flupp. Die echte Schatztruhe. Mit dem Schlüssel würde ich noch meinen. Dup, dup. Yes. Okay. Gut. Na seht ihr. Okay. Hier kommen wir sogar gar nicht lang. Noch nicht. Müssen wir also wieder zurück. Oh. Da. Ull. Hey. Wie komme ich da oben rauf? Achso. Ja. Alles später. Alles später mit dem Sand. Wie ihr schon merkt. Okay. Ein Stockwerk. Höher bitte. Doch. 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 Kriegen wir den G-Shot noch heute? In dem ersten, in dem Part hier? Ich weiß es halt, wie ihr sagt, nicht. Was ist denn das hier? Okay. Eine Brücke. So. Die Form hier ist merkwürdig. Wartet. Die Form sieht aber echt merkwürdig aus. Aber hier ist kein Geräusch. Also keine Mauer zum Einbrechen. So. Ich muss jetzt hier irgendwie runter. Egal auf welcher Seite. Ist egal. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ähm. Ich glaube, die Viecher kann ich nicht besiegen. Wenn Pfeile denen nicht ausmachen, vielleicht... Hey, Bomben. Warte mal. Ups. Ich mach mal Bombis. Hier, friss. Äh, friss. Ne, okay. Den kann ich nicht anhaben. Die sehen doch gruselig aus. Wenn du kurz hier die Sicht. So. Hier ist ein kleiner Typ, der mir nur sagt, wo wir Truhen sind. Den brauch ich aber nicht. Marone. So. Mach du meine Güte. Was? 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 Dadant, 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 dadant. Wow. Okay. Hier sind überall noch Truhen. Merken wir uns. So. Okay. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Ah, guck mal. Oh Gott. Hier sind wir doch schon wieder. Das ist doch eindeutig schon der Raum, wo wir den Gegenstand bekommen werden. weil hier geht es nirgendwo anders mehr hin. Da wird gleich ein Bosskampf sein. Okay, ich bin voll geheilt. Und wie es aussieht, ist der Rückweg auch nur mithilfe des Sandes zu erreichen. Oh Gott, hier, Mann. Äh, hier, Mann. Äh, hier, Mann. Alter, wie geil. Jetzt schnell, warte, warte, warte. Down. Na, seht ihr, der ging ja ratz, ratz, ratz hier. So. Und, oh, 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 schön ausgeleuchtet hier alles. Ja, ja, Leute. Jetzt zieht ihr euch diesen Gegensatz rein. Oh, du hast den Sandstab erhalten. Wenn du damit Sandböden berührst, wächst eine Säule empor. Geil, was ist das denn für ein Stab? Sheen hat gesagt, dass es hier viele Rätsel und Fallen gibt. Vielleicht gehört dieser Stab auch dazu. Äh. Was passiert? Ob es wirklich eine gute Idee war, dieses Ding zu berühren? Klar, Mann. Das Ding ist voll geil. Hier ziehst du rein. So, jetzt können wir schön mit dem Sand rumspielen. Warum hier ist so cool, ey? Swus, 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 swus. Das ist ein geiler Gegenstand irgendwie. Das macht irgendwie, macht schon viel her. Und es zerfällt gleich wieder. So, wir können uns auch selber hochheben. Richtig, richtig nice. So, Leute. Na, seht ihr, da haben wir, der Tempel wird im nächsten Part durch sein. Jetzt muss ich hier jetzt mal schön viele Dings holen. Und ich kann auch hier die Dinger einfach hochheben. Oder, oder blocken, glaube ich. Blocken müsste gehen. Warte mal. Komm ich hier hoch? Mist, der springt nicht. Doch, blocken geht. Sehr geil. Ah ja, und wir dann eine Brücke bauen. Alles klar, alles klar. Ich weiß wie. So, erstmal hier. Die Truhe kriege ich so. Yes! So, und aber, um die andere Truhe hinten zu kriegen, muss ich mir eine Brücke bauen. Weil, ihr habt, wir haben ja schon gesehen, wir sind ja auch so ein Ding, über so ein Ding sind wir schon drüber gelaufen. Man kann die halt als Brücke, weil es sind so einigermaßen an einer und derselben Stelle. Das heißt, ich gehe mal hier schnell hoch. So. Verdammt. Ja, seht ihr, so ist das halt gemeint. Ähm. Vielleicht, ich buche halt, achso, kann der auch mir selber. Also, in der Hand, hier falle ich runter. Ziemlich schnell sogar. Verdammt. So, Brücke, Brücke, Brücke. Ne, scheiße, ich brauche den letzten Teil bei euch. Ah, okay, okay. Oh, verdammt. Wird jetzt knifflig. Ich weiß nicht, ob ich alle auf einmal gerade kriegen muss. Ich glaube, so lange hält mein Sand nicht. Wenn ich jetzt mal behaupten. Ähm. So, komm schon, komm schon, komm schon. Verdammt, das war knapp. Das war knapp. Beinahe ich es geschafft. Ja, dann machst du einfach schon mal hier, von hier aus. Das machst du einfach hier so, so, zock. Lieg hier so lang. Mann, Link. Nicht so schnell. Ach, schade. Aber so klappt es aber. Ja, oder? So, leider mal. So, blockieren. Oh, toll. Mist. Kommt man natürlich nur von vorne rein. Okay, jetzt ganz ruhig. Jetzt berühren wir uns alle mal. Und, still waiting. So, okay, du bleibst da. So, okay, jetzt aber. Langsam hier rum. So, geschafft. Und war das da der fette Schatz drin, oder war? Ja, ihr Königsgeschirr. Hm. Ja, gut. Wenn ich jetzt nicht meckern. Haps. So, jetzt kann er mir nicht mehr erzählen. Hier gibt es noch so viel, so viel Schadstun. Oh. 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 Oh, 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 oh. Boah. Alter, für geil. So, knister, knister, knister. Jaja, ihr ollen Sandgegner, wa? Knister, knister. Und. Gefrozen. Oh, okay, ich soll er hochheben. Und. Bumm. Und. Bumm. Und. Bumm. So. Also, ich kann es echt nochmal wiederholen. Wie gesagt, ihr wisst ja inzwischen schon, auch durch das Display von Phantom Hourglass. Und so, dass die DS-Spiele, also nicht 3DS, sondern wirklich die DS-Spiele, beide sind wirklich ganz, ganz hinten auf meiner Liste der besten Zelda-Spiele. Das sind für mich die letztbesten Zelda-Spiele. Ja, alle beide. Aber Spirit Tracks ist dann doch um einiges cooler. Und es hat sehr, sehr coole Tempel, das Spiel. Also, das sind wirklich sehr geile Dungeons. Deswegen kann ich abkürzen, wenn ich wieder zurück möchte, aus irgendeinem Grund. Die machen Spaß, die sind cool, die sind lustig und... Oh, mein Gott. So, wartet. Muss ich den kurz mal hier aufhalten. So, danke, Mann. So. Aber ich würde sagen, das war's für heute wieder. Ich, ähm... Ja, kann jetzt den richtigen Tempel weitererkunden. Äh, warte mal, wo soll es denn noch lang gehen? Ach ja. Darunter. Gut, ey. Okay. Aber, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ciao!